hallo und eine herzlich willkommen zurück meine freundin zu super mario maker ja im letzten fall haben die offiziellen baumeister gemacht die sind jetzt alle abgeschlossen wir machen jetzt aber die event level haben auch noch nicht reingeschaut da mal nicht jede menge noch ja da haben wir noch einige aber wir fangen von ganz unten an arbeiten uns nach oben durch shiplow maker hackathon bei facebook zum sieger gekürt ok dann schauen wir mal rein event level wow ein herzchen ich kann da rein was bringt mir was habe ich sogar gedacht es bringt mir den tote aber scheinend nur noch mehr action und ein pilz ja mal rein blume das hier wow voll die falsche richtung gehofft warum drücke ich das schon damit ich runterkomme zack tschüss dann gibt es eine feder ach jetzt bin ich hier hauptsache ich habe eine feder ich brauche die feder sogar ich hasse musikblöcke du 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 zack da rein Okay, was gibt es hier? Ich habe Angst, dass irgendwas Böses kommt. Okay. Entscheidend nicht. Oh. Wenn man nichts sieht, ist es noch schlimmer. Oh, ein Pilz. Da kommen wir auch rein. Was ist hier? Ein Yoshi. Yoshi. Aua. Hallo, Yoshi. Wie geht es dir? Gehen wir mal hoch, oder? Wow. Oh. Lass mich in Ruhe. Ich bin alleine hier mit Yoshi. Genau, dann treffe ich das genau. Ha. Zack, zack. Runter. Jetzt haben wir Yoshi dabei. Wow. Äh. Okay. Und Yoshi? Yoshi? Woher war ich denn? Anscheinend nicht. Oh. Hilfe. Hilfe. Nein. Lass mich. Bomben. Explodieren alle. Wow. Übertreibt. Ah, wir machen mir den Weg frei. Die Bomben. Bomben machen mir den Weg frei. Ha. Ja. Weiter geht's. Oh. Hammerwerfer. Aua. Ja, der Hammerwerfer mal wieder. Hatte mir einfach den Arm auf den Kopf geworfen. Wir müssen auf den Scheiß hier warten. Ich kann natürlich auch so. Hallo. Hallo. Tschüss. Der Hammer trifft mich exakt genau. Ich kann genau in den Hammer rein. Dein Ernst? Und ich muss doch mal alles von vorne machen. Da gibt es nicht mal einen Checkpoint. Das ist ja das Schlimmere dran. Ja, genau. Das ist mein Speedrun. Speedrun. Genau, Speedrun mit Verkacken. Und zack, und zack, und zack. Zack, und da rein. Und ne Feder. Wow, it's amazing. Wuhu. Bams. Boah, das war echt knapp grad. So weit da. Und durch. Und rein. Pilz. Freue ich nicht. So, dann geht man da rein. Ich weiß ja nicht warum. Warum? Warum Yoshi? Na komisch. Komm runter. Geht doch. So, dann. Ich weiß zwar nicht warum ich Yoshi hier brauche. Aber. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Jetzt haben wir Yoshi dabei. Ja. Wir sind. Boom. Oh. Wir können die Flammen. Das ist dafür einfacher dann einfach. Das ist einfach einfacher dann. Oh. Daneben, Bowser. Daneben. So. Und rein da. Ein da. Gut. Wir sind wieder hier. In meinem Revier. Ja. Natürlich. Oh. Dein Ernst. Der Hammertyp, hey. Hör auf. So. Und machen wir jetzt den Hammertyp weg. So. Der Hammertyp ist weg. Der Hammertyp ist weg. Der Hammertyp ist weg. Kommt her. Oh. du war wieder fast hammer getroffen tschüss das ziel ich glaube es ja nicht war früher auf super nintendo beste hier sind wir können doch noch was gut new arrow arino maker diesen level hat arino kacho gebaut bekannt aus dem japanischen video spiel sendung game center c y hier ist ein kommentar des karos persönlich in diesem der wollte ich euch einmal erfahrung bauen wie sie noch nicht erlebt habe auf einen angenehmen anfang folgt ein blick eine schwarze seele okay ein genre mal rein wo jetzt habe ich schon gedacht was ist hier und wenn ich da hoch war ich schaffe ich mal den block zu landen ist das einfach zum level überspringen ganz viele pilze ja aha wollte mich verarschen okay ich verstehe was ist das für eine sache hier okay also das heißt man kann und wahrscheinlich nicht lang weil man nicht rüberkommt deswegen muss man um entlang deswegen die schwarze seele ganz normal und auf einmal weg okay ja war jetzt nicht unbedingt eine neue figur ja eine neue figur zack dann machen wir noch mal 1 arino maker returns dieses level hat arino kacho gebaut bekannt aus der japanischen video spielersendung game center cc hier ist ein kommentar des kachos höchstperren ist die vorerstörungen alle um mehr zu schwimmen hat mich zu diesem level inspiriert neben der normalen route gibt es auch einen einfachen weg zu finden ja schwimmlevel ich mag schwimmlevel nicht nee ich mag schwimmlevel nicht die sind nicht so gut genau ich kann nicht mit der langsam langsam steuerung da muss ich gar nicht lang da ist ja nur eine bombe aber ich will gucken ob das ein einfacher weg ist warum können eigentlich die naja oder es geht wahrscheinlich unten runter aber warum können die eigentlich durch alles durch schwimmen was ist da der sinn versteht es nicht gehen wir den normalen weg guck schau wieder schwimmen die durch alles durch ein stern der stern hat genau auf welch freundlich vom kuba stehen das kann ich gar nicht leiden ein spiel ein mobbt ja einfach alles ich hätte schon gedacht ich hätte es ausgerastet hilfe stern ja stirbt alle geht doch alle sterben sie auch da lang was ist da sie noch nicht dass eine röhre darunter ok nein da stirbt man soll das da lang vor wie gemein nach unten wie gemein der kerl ist wie gemein zu hart level beendet ja dann haben wir das level auch geschafft ja okay das sind wieder so er will sie alle aber noch mal so ein level von ihm kommt das thema auch noch ein es gibt nicht nur eine route zum ziel da sagt mir das gleiche ist wieder von ihm von ihnen kerle und was bräuchten stern okay dafür bräuchten stern das gemein gemein genau hätte sein können das undes loch ist das sagt mir aber kein mensch voll gemein wenn man kein stern hat ist man tot abwärts hat er danke blocken gemacht nein nein jetzt jetzt warum kann ich einfach durch weil es kann aber okay lass mich lass mich lass mich alle in ruhe ach um weg gemacht da ist auch nicht oh mein gott voll im stress hier soll das aber wir haben das level beendet ja sie sind gut aber meine freunde würde ich sagen das war es wieder mit dem part vor dem nächsten part geht es weiter mit den event level ich hoffe ihr seid wieder dabei bis zum nächsten part ciao Auf Wiedersehen.